Hey Leute, was geht? Ich bin Sami und ich wollte euch bloß darüber in Kenntnis setzen, dass aufgrund meines Schichtsystems momentan ich einfach fucking todmüde bin. Ich bin gerade nach Hause gekommen vom Sport, den ich natürlich auch noch mach. Es ist 2 Uhr 45 morgens und ich fall jetzt einfach tot ins Bett, penne bis 10 Uhr, dusche dann, ess was und dann geht's auch wieder zur Arbeit und das schon seit ein paar Tagen. Der nächste freie Tag ist erst Mittwoch, das heißt, so richtig Zeit zum Aufnehmen habe ich erst am Mittwoch. Bedeutet, für Montag und Dienstag habe ich einfach irgendwie keine Videos außer Dark Souls, denn von Dark Souls, da habe ich noch, oh Gott, da habe ich noch so viele Videos, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, ja, das hier nur, damit ihr Bescheid wisst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchen Projekten, also vor allen Dingen Jurassic World und Xenonauts es unbedingt weitergehen muss. Ansonsten könnt ihr mir natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne auf dem Kanal endlich mal sehen wollen würdet. Ich bin todmüde und stammel das hier zusammen. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, ähm, der die Videos liked. Ihr wisst gar nicht, wie fucking wichtig das ist, seitdem YouTube alles tut, um kleine Kanäle wie meinen, äh, ja quasi zu vernichten. Ähm, deswegen ganz großes Danke an euch, danke an jeden, der sich die Zeit nimmt, da auf den Daumen nach oben zu drücken, danke an die Leute, die auch Kommentare schreiben, allen voran natürlich Micha, äh, aka Dark Angel, der nun wirklich unter fast jedem Video ein halbes Buch schreibt. Ähm, danke an jeden, der die Videos mit seinen Kumpels teilt, sei es über Mundpropaganda erzählt, so, ey, ich hab da einen, den schau ich mir an, so, schau doch mal rein. Danke an jeden, der die Videos irgendwie auf Facebook teilt und auf Twitter, es macht einen Unterschied, ja. Ähm, auch wenn du denkst, du alleine kannst, kannst ja keinen Unterschied machen, glaub mal, bei mir und bei jedem anderen kleinen Kanal, jeder einzelne Zuschauer zählt. Mehr, als du dir vorstellen kannst, deswegen, ganz großes Danke an dich. Das war's von meiner Seite, ihr wisst Bescheid, Montag, Dienstag, jeweils eine Folge Dark Souls, ab Mittwoch dann wieder ganz normal. Danke für euer Verständnis. Ich geh jetzt pennen. Bye-bye. Ich bin fucking fertig.